Was ist die Wolkenformation? Über den Bergen sichtbar, als ob die Wolken stehen bleiben würden. So, wir gehen ein bisschen. Die Anlage hier drüben, auf dieser Seite hier, was ihr jetzt seht, das ist eine wunderschöne Bungalow-Anlage. Und hier, beziehungsweise nebenan, da ist ein Bungalow zu vermieten, langfristig. Für ein Jahr oder mehrere Jahre. 1800 Euro pro Monat. Plus Nebenkosten. Es ist aber natürlich ein schöner Bungalow, zwei Schlafzimmer, Garten, alles mit dabei. Nur, dass ihr mal eine Preisvorstellung habt. Was was kostet? Ich bin ja auf der Suche für Freunde und Bekannte. Und, ja, von der Beschreibung würde es passen. Nur eben ein Zimmer zu wenig. Da sucht jemand eben was mit zwei Schlafzimmern und einem Abstell- oder Nebenraum, beziehungsweise Büro. Und für die anderen Bekannten, da ist das zu teuer vom Preis. So, also nur zur Info, wenn ich was habe, dann sage ich es euch, weil ihr viele neugierig immer wissen möchten, was was kostet. Zum allgemeinen Verständnis. Hier im Campo International gibt es in der Regel nur einstöckige Häuser, das heißt Erdgeschoss, die keine zusätzliche Etage und keinen Keller haben. Das wird in manchen Fällen auch anders ausgelegt oder ist umgebaut worden. Aber deshalb haben die Objekte hier ja auf der Quadratmeterfläche Grundstück, weil es nur ein Stock ist, eben weniger bebaute Fläche, wie wenn man zwei Stockwerke hat. Und insofern ist es dann häufig hier im Campo International teurer, wie zum Beispiel flächenmäßig umgerechnet im Pleiodeingläs oder im Sonnenland. So, schaut euch jetzt mal hier die Wolkenformation an beim Riesenrad. Und wer das heute Morgen noch in Erinnerung hat, da hing diese Wolke genauso und ich habe gesagt, von Weitem schaut es so aus, als ob es da geschneit hätte, weil es eben weiß hell ist. Zu den Videos heute Morgen. Ja, ich habe das Video wie immer hochgeladen und auf einmal nicht sichtbar. Das heißt, ich habe es hochgeladen, die haben zu mir gezeigt, es ist alles in Ordnung, aber das Video war auf meiner Leiste nicht sichtbar. Was mache ich nochmal hochladen? Dann eben am anderen PC da probiert, ob vielleicht das an meinem Computer oder sonst was liegt. Dann habe ich Antje gefragt, die hat das gleiche gemacht auf ihrem Kanal, auch nicht sichtbar. Das heißt, das Problem ist nicht bei mir. Das war bei, oder ist bei YouTube und ist immer noch nicht ganz gelöst. Ich habe ein zweites Video hochgeladen, habe das gelöscht und auf einmal war das nicht gelöscht, sondern war sichtbar. Dann kam auf einmal das andere, was ich am anderen PC hochgeladen habe, auch wieder ins Bild und war sichtbar. Aber man konnte nicht mit dem Tablet oder dem Telefon auf diese Videos zugreifen. Da waren sie in der Anzeige überhaupt nicht vorhanden. Ich kann euch jetzt nicht sagen, genau um was es sich da handelt oder was das Problem ist. Ich kann euch nur sagen, dass es ein Problem gab. So ist das eine Video jetzt, das Wettervideo einmal mit einem Titelbild sichtbar und mit einem anderen Titelbild. Ich lasse das jetzt so stehen, bevor ich da Schaden anrichte. So, das ist die kurze Info hier zu dem heutigen Tag. Das ist die Realität. Damit muss man sich eben auch rumschlagen. Es nützt nichts. Dann noch eine Sache, die man schreibt dann in den Kommentaren. Ich würde das zu hektisch machen mit dem Plan B und nicht genau erklären. Ein anderer Kommentar heißt, ich rede zu lang über den Plan B. Ich sage es ganz einfach jetzt nochmal. Wer was wissen möchte über den Plan B? Der bleibt am Ende auf dem Video. Denn am Ende vom Video, da ist eine ausführliche und einfache und gute Beschreibung, was der Plan B ist. Der Plan B ist ein Reiseleiter, ein Reisebegleiter, ein Reiseführer für Gran Canaria. Und wer Interesse hat, der schaut sich das ganz einfach an. So, weiter geht's. Wir fahren heute ein bisschen. Und zum Thema, wo kann man hier wohnen, vielleicht noch ein bisschen Info unterwegs beim Fahren. Zum Wetter. Das war heute so windig, dass es bei mir ganz einfach Schaden angerichtet hat auf der Terrasse. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Der Wind kam scheinbar von der anderen Seite und hat also eine schöne Gipsstatue umgeworfen, die kaputt ist. Jetzt zwischendrin immer mal wieder böiger Wind, aber gesamt doch einigermaßen ruhig. So, wir fahren und ja, ein bisschen Info dabei. Da vorne seht ihr einen Bus stehen, das ist die Bushaltestelle. Da kommt man dann auch bequem zum Flughafen. Die Buspläne gibt es in der Beschreibung kostenlos runterzuladen. Das bedeutet, wenn ihr in der Beschreibung geht auf mehr Ansehen, da könnt ihr dann den Busplan, die PDF-Datei von der Antje runterladen. Die Busse, die zum Flughafen fahren, die brauchen in der Regel ein bisschen länger in Playa de Ingles, weil man eben mit dem Gepäckraum auch ein bisschen Wartezeit hat. Hier stehen jetzt gerade zwei Busse. Einer in die eine, der andere in die andere Richtung. Nein, drei sogar. Hier am Riesenrad habt ihr auch eine der Hauptbushaltestellen hier für alle Richtungen. So, wir fahren jetzt heute mal nach San Fernando. Nicht über Playa, sondern hier über das Riesenrad. Vor uns die Anlage Sonora Golf. Auch hier gibt es im Moment zwei Angebote. Einmal, also ich weiß nicht genau, aber einmal ganz sicher nur für Saisonvermietung. Also das heißt für das kommende Jahr. Das heißt für Oktober bis April. Was hier los ist manchmal. Kaum zu glauben. Hier links ein schönes Kaffee. Kann man schön draußen sitzen und das ganze Treiben hier beobachten. Frage, die häufig kommt. Wo die Rennfahrer herkommen? Nein, 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 nein. Frage, die häufig kommt. Wo kann man denn hier touristisch unterkommen? Das heißt für 14 Tage hier zum Beispiel in Koala. Ich zeige es euch nochmal. Es gibt ein separates Video davon. Deswegen halte ich da jetzt nicht groß an. Ich schaue gerade, ob die Kamera so passt. Ob das alles so in Ordnung ist. Auch wenn ich manchmal ein bisschen lauter spreche, dann mag das sein, weil ich eben auch hier viele Windgeräusche habe. So, hier rechts rein. Restaurant Koala. Und jetzt geht es hier an dem Kreisel rechts. Hier geht es nur in eine Richtung. So, und gleich wieder hier. Wir fahren um die Anlage rum. Da könnt ihr touristisch unterkommen. Hier habe ich Gäste gehabt. Die haben hier gewohnt im Urlaub und haben sich dann vis-à-vis in der Anlage ein Bungalow gemietet für ein Jahr. Und das geht jetzt ab April oder Mai geht es los. Also nochmal. Hier heißt es Livo Koala Garden. Extra Video schon gemacht. Die haben hier 14 Tage gewohnt. Denen hat die Gegend gefallen. Das ist auch noch hier vorne. Gleiche Anlage. So, und die haben sich dann hier alles angesehen in den 14 Tagen und sind dann hier in der Anlage fündig geworden. Das heißt, hier haben sie dann einen Mietvertrag abgeschlossen über ein Immobilienbüro. Weil ich habe da extra nochmal nachgefragt. Habt ihr das privat gemacht? Nein, wir sind da hin. Und da haben wir dann erfahren, dass ein Immobilienbüro hier ein Bungalow, ein Apartment, rein Bungalow anbietet und sind wir in das Büro und haben den gemietet. So, das heißt, die haben den auch vorher gesehen. Die waren da drin. Die haben sich von der Lage, von der Umgebung und von den Gegebenheiten ein Urteil gebildet. Haben bestimmt eine Anzahlung gemacht. Und haben sozusagen den unterschriebenen Vertrag daheim. So, hier gibt es auch immer ausreichend Parkplätze. Das ist eigentlich eine sehr ruhige Straße, weil nur Anlieger hier langfahren. Und jetzt zeige ich euch auch noch, wo ihr dann auch nochmal privat unterkommen könnt. Entschuldigung. Touristisch. Das ist jetzt hier in dieser Anlage. In dieser Anlage könnt ihr hier Urlaub machen. Turbo Club heißt, dass ihr müsstet suchen, wo es den Reiseveranstalter gibt. Das sind Bungalows auf zwei Stockwerke. Hier geht es erst mal den Keller runter zur Rezeption und dann geht es wieder nach oben zum Pool. Also, hier die Möglichkeit. Ihr seid hier ganz nah am ehemaligen und wiederkehrenden Wochenmarkt. So, und jetzt fahren wir nach San Fernando. Hier ist das kleine Stadion, sage ich, die kleine Bühne, Camper, Sportplatz, Begegnungsstätte, Freizeitpark. Hier gibt es auch Musikveranstaltungen. Vor uns rechts ist die Feuerwehr, Bomberos und geradeaus der zukünftige vergangene und wieder beliebte Wochenmarkt. Also jetzt noch nicht, sondern ich schätze mal so zwei Monate wird es noch dauern. Ich halte mal schnell an und zeige euch das. So schaut das jetzt aus hier. Der Wochenmarkt das Gerüst steht. Die Einzelunterteilungen werden wohl jetzt gemacht und mit viel Fantasie kann man sich schon die Geschäfte darin vorstellen. Unterhalb von der Tankstelle, gegenüber von der Feuerwehr. So, hier geht es in Berg nach oben hier geht es nach San Fernando. Das ist auch so die einzige Steigung und das ist sozusagen die Parallele von der Steigung nach Playa de Ingles. Ja, mit dem Fahrrad schon ein bisschen schwierig, aber nicht unmöglich. So, wir haben hier richtig Wind. Das habe ich mit den Bögen Wind gemeint. Das ist wie aus heiterem Himmel. Zack! So, ich habe ein Ziel. Ja, ich möchte euch zeigen, wo man Fahrräder Mieten Mieten nicht, aber kaufen kann. Hier auch Bushaltestellen, aber nicht sehr häufig frequentiert. Das ist ein Ziel. So, wir fahren jetzt hier nach links. Ich habe da ein Fachgeschäft. Man nennt diese Eisenwarengeschäfte Handwerksläden Ferreterias und hier fahre ich zu einem hin, weil ich eine bestimmte Lampe brauche. So, man würde sagen, ein Tante-Emma-Laden. Ja, was habe ich da gekauft? Ich brauchte für den Herd eine Blühbirne für den Backofen und bin fündig geworden. Ich habe da nämlich gleich drei mitgenommen, weil man ja eine immer auf Vorrat kauft. Und ja, eine und noch eine. So, und der Preis von 3, 2,85 Euro. Diese speziellen 15 Watt Glühbirnen für den Herd in diesem etwas gedämpften Licht. Hätte ich diese Birne jetzt im Corte Inglés gekauft oder in einem anderen großen Fachgeschäft, hätte ich für eine bestimmt 2 Euro bezahlt. So, ich fahre jetzt hier mit strengem Gegenwind auf einer Straße, die viele Schulen und Kindergärten und so weiter hat und deswegen 20 hier erlaubt. So, und wir fahren hier nach links, jetzt fahren wir Richtung Fatalga, El Lomo, San Bartolome de Tirachana und jetzt fahren wir zu Kamikaze. Tunte, der Aussichtspunkt Tunte hier. Nach ein paar Kilometer habt ihr den besten Blick auf den Süden von Gran Canaria. Bevor es aber so weit ist, da fahre ich nicht hinein. Wir fahren jetzt hier Restaurant de Grill Casa Vieja, das alte Haus. So, und geradeaus da oben, da geht nach Fatalga und wir fahren hier rein. Hier ist das Restaurant, Bar, Restaurant, Grill Casa Vieja. Also, hier kann man gut sitzen, hier kann man gut essen, hier kann man sich auch gut laut unterhalten und leise auch. Hier ist immer was los, am Wochenende sehr viel Reservierung wird erbeten. Hier ist die Raucherecke hier außen. Ich zeige euch mal, wo wir hier sind. So, das ist also von der Straße aus das Schild. Hier ist eine Terrasse, hier kann man draußen sitzen, da vorne hat man die Berge und dann ist man auch ruckzuck in Fatalga. So sieht das hier aus und wir haben, ja nein, wir kehren jetzt nicht ein in La Casa Vieja. Wir gehen hier hin. Kamikaze Bike. Das Grusica. Und wo ist Kamikaze? Ich zeige es euch. Hier ist der Mann mit den Fahrrädern zu Hause. Also, hier habt ihr den besten Service. Ich frage ihn mal, ob ich mal in den Laden gehen kann. Ja, hier kann man nicht nur Fahrräder kaufen oder reparieren lassen. Nein, hier kann man auch schön sitzen, einen Kaffee trinken, sich unterhalten. Und hier ist der Service. Shop und Service. So sieht es aus. Also direkt neben dem Casa Vieja, hier ist die Werkstatt, hier könnt ihr den Meister noch bei der Arbeit zuschauen. Und vielleicht kauft ihr euer Fahrrad. Hier habe ich Gäste gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. In einem der Kommentare, nein, in einem der Reportagen, da war gestanden, er hat sein Fahrrad hier gekauft. Und hier gibt es die besten Bikes und Zubehör und Brillen und was weiß ich alles. Und hier könnt ihr eure Fahrräder auch einlagern lassen, wenn ihr nicht da seid. Also hier schlägt jedes Bikerherz höher. Schaut euch das an. B-Tour. Mit Akku und allem dazu gehört, die Schuhe. Die Rennmaschinen hier. Ist das nicht traumhaft für jeden Biker? Einen speziellen Lenker. Die passenden Kleidungensachen dafür. Das sind Rennmaschinen. Ja, und das ist einer, der steht immer mit Rat und Tat zur Seite. Auch wenn ihr euer Fahrrad nicht bei ihm gekauft habt. Ja, selbst ich bin da fündig geworden. Beziehungsweise hatte ein Problem mit einem defekten Radlager, Tretlager. Und musste dann ganz einfach sagen, entweder aufgeben das Fahrrad oder reparieren lassen. Und da hat er gesagt, nein, das kriegen wir doch hin. Und er hat es hingekriegt. So, also, jedes Bikerherz hüpft hier nach oben. Das ist doch mal ein Laden. Und wenn ihr wollt, gibt es sogar einen Kaffee und nebendran könnt ihr essen. Und könnt euch dann da auch ein bisschen, ein bisschen unterhalten, beziehungsweise hier. So, das war jetzt die Runde hier beim Mr. Kamikaze. Also, nochmal die Empfehlung, wer was braucht, fahrradmäßig qualitativ hochwertige Fahrräder. Hier kriegt ihr nicht sowas Billiges aus dem Supermarkt. Das gibt es hier nicht. Ja, dann fahren wir weiter. Ich nehme euch noch mit zurück. Ja, gut essen kann man allemal hier. Und natürlich auch gute Portionen. Aber jetzt, ich sage mal, eher doch bekannt auch für die typischen Speisen, spanisch-kanarische Speisen hier im Restaurant. Im Restaurant La Casa Vieja, typisch kanarisch, kann man hier gut essen. So, weiter geht's. So, weiter geht's. Wir fahren wieder zurück. Und jetzt der Meerblick sogar ganz da hinten. Dann hat man von hier hat man Meerblick. Dann geht's. Dann geht's. Dann Mittelle. Dann geht's. Ja, wenn wir schon Roller haben, dann sind wir auch ganz flexibel und schnell im fließenden Verkehr. Ein bisschen ausrichten wieder. So, wir fahren jetzt hier wieder Richtung Zentrum Playa de Inglés. Erstmal San Fernando. Ja, und hier ist die Einkaufsstraße links. Das ist eine Einbahnstraße, kommt man nur von der anderen Seite raus und rein. Hier die Bushaltestelle. Das Einkaufszentrum Rondo. Nein, Ronda, nicht Rondo. Ronda, Rondo ist das Hotel. Da vorne ist der Burger King. Und da habe ich mich ja auch richtig vertan. Da habe ich mir was erlaubt. Da habe ich gesagt, da wird so viel los sein auf der Straße. Da werden die Autos parken, stehen und da werden die die ganze Straße verstopfen. Da ist nichts los. Also, ich habe gedacht, dass der viel besser frequentiert wird, weil der ja auch einen Parkplatz hat, Autoparking oder Essen, zum Essen fahren. Aber dem ist nicht so. So, hier vor uns das Mercurio, das bekannte und große Gebäude. Hier ist die Post, hier sind Anwälte, Notare, Ärzte, das Wasser, der Zahnarzt, die Firmen für die Papiere, die die Papiere erledigen hier. Und wir fahren jetzt hier rechts und dann kommen wir zum Aussichtspunkt, zum Mirador, dem Maspalomas. So, für alle, die jetzt diese Runde laufen wollten, die ich jetzt dann gefahren bin, sage ich ungefähr gemütlich drei Stunden. Ja, hier wieder weniger Wind, kein Vergleich zu der Strecke, wo ich vorhin nach oben gefahren bin. Und gleich haben wir ihn wieder, unseren Aussichtspunkt. Ja, die Realität, so sieht das hier aus. Nicht am Strand, nicht am Wasser, das war man ja heute Morgen. Der Bus biegt ab hier zum HD Parke Cristobal. Schöne Anlage, schöne Bungalows, viel Grün dabei, kann man nur empfehlen. Rechts, deutschsprachiger Arzt. Auf der linken Seite die Bungalow-Anlage Hollykahn. Und deswegen wird dieser Kreisel auch häufig Hollykahn-Kreisel genannt, weil jeder dann weiß, was gemeint ist. Wenn man jetzt den Namen angibt, dann wissen die wenigsten Bescheid mit dem Namen. Die wissen dann überhaupt nicht, wo es hingeht. 22 Grad, hier kommt der 90er an, der fährt nach Playa del Cura. So, mal schauen, ob der anhält, der hält an. So, wenn ich euch jetzt sagen würde, wir sind hier auf den Niederland-Canaria-Plasa-Gero, dann wüsste kein Mensch, wo wir sind. Wenn ich euch aber sage, ich stehe hier am Hollykahn-Kreisel, dann wissen es die meisten. So, ich kann mich noch nicht drehen, da sind noch zu viele Menschen hier. Wir schauen gleich mal nach unten. Und ich sage euch, da unten weht wieder viel Wind und viel Sand. Das sieht man von hier oben schon ganz deutlich. So, hier der Blick über den Campo International, Campo de Golf. Und sicher werden es einige bestätigen, die heute hier am Sandstrand waren. So, mit diesen Aufnahmen jetzt hier möchte ich mich verabschieden und sage vielen lieben Dank fürs dabei sein. Der Blick nochmal hier in die Berge. Vielen lieben Dank und ja, bis zum nächsten Mal unterwegs, beziehungsweise Realität oder dann eben auch das Wetter. Schaut euch mal an, nochmal wie da der Sand fliegt. Das sieht man von hier ganz deutlich. Ja, wenn es richtig gut geht und wir einen Sonnenuntergang erleben können, die Einladung haben wir bei der Inge, dann gibt es vielleicht noch einen Nachschlag morgen früh. Das kann ich aber noch nicht sagen. Das werden wir dann sehen. Jetzt erstmal danke, hasta luego und bis dann. Hallo zusammen. Ja, der Plan B ist fertig. Harrys Plan B, beste Ausflugsziele auf der Insel Gran Canaria, hier vorgestellt. Ja, ich blätter ein bisschen darin und ihr seht, wie umfangreich der Plan B geworden ist. Mit ganz vielen Zielen, 24 an der Zahl, Specials und natürlich auf einem guten Druckpapier für euch gedruckt. In gebundener Ausgabe und mit vielen Informationen, Santa Lucia, Agimes, Agenegin, Las Palmas, die Strände und hier natürlich auch die einzelnen Busverbindungen über die ganze Insel. Also ich denke, ein Rundum-Paket für alle etwas dabei. Ja, da haben wir ihn vorgestellt letztens und hier seht ihr ein paar Einblicke davon, ein paar PDF-Dateien und so gleich auch mal so das Einblick. Oder andere Ziel, das euch erwartet. Ja, und da geht es auch schon so langsam los. Wir gucken jetzt gleich mal auf ein Ziel, nämlich Las Palmas. Und ich denke, das wird auch den einen oder anderen interessieren. Ich habe das so zusammengestellt, dass ihr im Plan B immer seht, wo geht es lang, wie komme ich hin, was sind für Busverbindungen, Autostrecken und natürlich die dementsprechende PDF-Datei, die euch auch erklärt und zeigt, gibt es Sehenswürdigkeiten, gibt es lokale Essen, Trinken, ganz wichtig und natürlich auch die Strände. Ja, also natürlich auch in Las Palmas und auch rund um Las Palomas und natürlich auch die ganze Insel. Norden, Süden, Osten, Westen, alles ist mit dabei. Und ich hoffe, der ein oder andere hat Spaß und Freude daran. Wir haben ja schon einige damit glücklich machen können. Und vielleicht anhand der Bilder und anhand der Vorstellung hier auf dem Kanal seht ihr dann noch einmal, was euch erwartet. Ja, ich denke, das ist ein gelungenes Werk. Ich hoffe es zumindest und ihr habt wirklich Spaß daran und werdet euch das Exemplar einfach besorgen. Schreibt mich an, schreibt mir eine E-Mail. Am Ende des Videos ist die E-Mail-Adresse aufgeführt und dann würde ich mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Ja, alles Liebe, alles Gute zusammen für euch alle und bis bald, ihr Lieben, auch auf Gran Canaria oder bei Bestellung des Plan B. Dankeschön, ihr Lieben. Tschüss.